So, willkommen zurück. Man, ist die Scheiße nervig, ey. Ah! 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 Mann, wo denn hin, ey? Komm, renn, 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 renn Komm, drück den Knopf, verdammt Drück doch, drück doch Oh, Gott sei Dank, ey Komm, die Schlampe ist jetzt tot, alter Für wen hältst du dich? Ach, der Komischer Ich weiß, wer du bist, Sebastian Ich weiß, wonach du dich sehnst, was du fürchtest Wirst du leben können, mit dem, was ich dich tun lassen werde Joseph konnte es nicht Dass sie dich mit reingezogen haben Wie auch immer Du gehörst mir Und ich werde dich benutzen Was hat denn der für scheiß Probleme, ey? Oh, ich dachte Oh, man, ey Oh, noch tiefer hier, oder was? Oh, man, ey Hallo? Wie weit denn noch? Scheiße, schon wieder hier Was soll ich denn jetzt hier? Hier war ich da schon Hm, hier werden wir hier lang Ja, sieht aber anders aus, hier Oder? Gehen wir mal hier lang Na, jetzt haben wir halt auch richtig gelaufen Dark Was zur Hölle soll das werden? Ein Versuch, uns zu retten Wirklich? Es sieht eher so aus, als würden sie ein weiteres Monster erschaffen Ich hab für sowas keine Zeit, Detective Ich auch nicht Ach, du Scheiße Dieses Geräusch Nein, es funktioniert Gott sei Dank, es funktioniert Alles okay Ihr solltet doch Warum hat das nicht Ach, du Was ist denn das? Das ist es Deshalb Doktor, weg Er will dasselbe wie wir Er Er will raus Er will raus Äh, krank? Ist aber eine richtig kranke Scheißwelt hier Boah, ist denn immer noch Immer noch der gleiche Kapitel, ey Hey Ich weiß, dass du da draußen bist Hör mir zu, verdammt Hör mir zu Hör doch zu Oh, hier ist nischt Auch nischt Auch eine Stimme. Dort wird er sein. Er wartet auf ihn. Wenn ihm nicht jemand zuvorkommt, kommt niemand jemals wieder hier raus. Nordroßen. Kann ich erst wieder zurück? An ihnen haftet der Geruch von Blut. Ach, du dumme Schlampe, ey. Ey, ich brauche jetzt erstmal eine Gehirnwäsche hier. So, was nehmen wir denn hier? Lebensanzeige. Boah, 10.000, ey. Das war ganz schön teuer. Boah, ich denke, ich muss auf 470 noch schnell, ey. Schau doch. Hier kann man auch sprechen, wäre schön. So, junge Frau, wo geht's dann weiter? Da hinten, oder was? Ja, schön. Ah, nicht voll. Weiter jetzt. Der ist ja auch nicht groß. Nehmen wir mit. Ist voll. Nehmen wir mit. Und runter hier. Die Wäsche. Joah. Das wird natürlich... Ne, dann. Boah, alter. Fläschchen wollte ich aber noch haben. Bisschen sauer, oder? Ach du Scheiße. Ey, wisst ihr doch, was passiert, oder? Ich würde sagen, äh, rennen, oder? Oh, geil. Das war ein bisschen heiß hier. Bevor wir das machen, speichern wir hier mal ganz saftig ab und machen dann in der nächsten Unterwetter, haut rein. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020